Hallo und herzlichen Dank. Willkommen bei Ellen Stempel, Grüße, Hassfurt. Und willkommen zu einem neuen Video, zu unserer Challenge, Mitbastel-Challenge, die die Birgit von Kreativstempel, meine Stempel-Mama, immer ausruft. So alle zwei Monate. Und da kann man sich anmelden. Diesmal geht es um das Thema im schönsten Licht aus dem Herbst-Winter-Katalog, die Serie. Und wenn man sich angemeldet hat, dass man da mitmachen möchte, dann kriegt man von der Birgit ein Materialpaket, ein kleines zugeschickt. Und dann kann man frei basteln, was einem so einfällt, beziehungsweise kann es einem freien Lauf lassen. Gut, dann habe ich mir gedacht, mache ich einmal eine, weil es ja jetzt im schönsten Licht, erstens ist es ein Weihnachtsset und zweitens so Teelichter kann man natürlich schön verschenken. Dann habe ich mir die Teelichtverpackung rausgesucht mit einem Tag hier zum Einstecken. und da lässt sich es öffnen. Oder auch nicht. Doch, die andere Seite ist zugeklebt. Die Teelichter habe ich dann noch schön umklebt mit Washi-Tape, das nicht von Stampin' Up ist, aber das glaube ich ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, habe das Band verwendet, das Designerpapier. Bekommen haben wir ein A4-Bogen in Chili und das Designerpapier dazu, ein Blatt. Und ein A4 in Celadon und auch Designerpapier dazu. Und aus dem anderen, aus dem Celadon, werde ich eine Karte gestalten. Ich werde das Ganze aber auf zwei Videos machen, sonst wird es zu lang. Okay, also, wir basteln jetzt diese Teelichtverpackung. Und zwar, die Maße werde ich euch noch einmal unten in die Infobox schreiben. Und ja, und wie alles zugeschnitten und gebastelt wird, das seht ihr ja jetzt. Also, ihr braucht einmal einen Farbkarton in 21x23. Ich habe hier Chili. Da wird dann die lange Seite gefalzt. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Die lange Seite ist diese mit 23. Ihr braucht also den A4-Bogen bei 21 gar nichts zu machen. Und die lange Seite von 29,7 kürzt er einfach auf 23. Und dann wird an der langen Seite gefalzt, links und rechts, bei 1,5 und bei 3,5. Komplett durch. Und an der kurzen Seite, das habe ich auch schon gemacht, bei 1, bei 3, bei 7, bei 9. Und dann habe ich schon, ja, man wird es wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut sehen, habe ich mir schon angezeichnet vom Schnittmuster her, wie es geschnitten werden muss. Und zwar, diese Fläche, die große, das große Rechteck gibt es. Und der Rest, das ist die Auflagefläche, praktisch die Unterseite von der Box sozusagen. Und das ist die Oberseite und die Seitenteile und das sind die Klebelaschen dann. Und wir schneiden das jetzt zu. Und zwar, wo fangen wir an? Ist eigentlich egal. Ihr nehmt es euch so rum, habt da das große, rechteckige Feld. Brauche ich meine Schere. Und wir schneiden natürlich die Falzlinien mit weg. Also schneide ich hier links von der Falz, von der zweiten Falz, bis hoch, bis zur nächsten Querfalz. Ne, bis zur übernächsten. Das kann nämlich weg. Und schneide es da auch mit der Falz weg. Und dann gleich auf der anderen Seite das gleiche. Da schneide ich dann rechts von der Falz, damit die Falz mit weg geht. Und dann schneide ich das auch weg. Und nicht rupfen. Und dann haben wir da jetzt noch ein etwas breiteres Rechteck und da ein etwas breiteres Rechteck. Die schmalen, das sind die Wände, hoch, die Höhen praktisch von der Schachtel. Und wenn das nachher gefalzt ist und wird zusammengelegt, dann wird praktisch auf diese breitere Fläche der Klebestreifen umgebückt, da angelegt. An diese Falzlinie. Und dann haben wir das da noch als für den Teck. Dann wird es jetzt, trägst wieder rum, das wird jetzt die Klebelaschen. Die Klebelaschen kürze ich mir etwas ein. So. Und die Klebelaschen für die Schachtel, die dürft ihr ruhig großzügig einschrägen. Also nicht nur knapp, wie man das sonst immer macht. Weil wir dieses hier als Schließmechanismus einstecken wollen. Und dann stören die Klebelaschen nicht. Dann hat das zum Einstecken mehr Platz. Das rundet man uns dann noch ab, damit es, also wenn ihr einen Abrunder habt, bevor ich ausgehe. Dann wieder hier. Die zwei kleinen Rechtecke. Das hier ist die Klebelasche. Die kürze ich mir wieder ein. Und schräge sie ab. Also ruhig so gute zwei Millimeter. Da unten so weg. Richtig schräg. Das kann man auch so machen. Und kürze sie ein. Genau. Und so muss das Teil dann ausschauen. Dann falzen wir alles immer nach. Auch die kleinen. Kurzen Laschen. Die Klebelasche. Dann machen wir uns noch einen Eingriff. Da unten so eine Eingriffslasche. Und zwar, dass wir dann, damit es sich einfach leichter öffnen lässt. Damit man da nicht ständig, wenn man auf und zu macht, den Farbkarton umknickt. Und zwar ist das, wenn ihr das jetzt so seht, das so, ja. Dann ist das hier das breitere Rechteck. Praktisch der Boden von der Schachtel. Also neben dem großen hier. Und zwar nehmt ihr das jetzt, ja ist egal beim Einschneiden. Dann nehme ich mir eine kleine Kreisstanze. und mache mir hier einfach so einen kleinen Ausschnitt rein. Dann runden wir uns auch gleich. Dann runden wir uns auch gleich auf dieser Seite. Die Einstecklasche runden wir uns ab. Dann kommt das Sichtfenster hier dran. Und zwar ist, wir haben gesagt, da wo die Einsteck, wo wir uns da gerade mit der Kreisstanze die Hilfe da eingestanzt haben, ist die andere Seite ist natürlich oben. Das heißt, wenn ihr so rumdreht, dann ist das ja außen, dann kommt es jetzt, da ist die Klebelasche, die eine Höhe und da ist das große Rechteck. Und da stanzen wir uns jetzt eine Öffnung rein. Man kann auch hergehen, kann es sich anzeichnen und kann es mit dem Cuttermesser mit Lineal auf einer schnittfesten Unterlage wohlgemerkt sich ausschneiden. Man kann aber auch, wenn man eine etwas längliche, rechteckige Form hat, kann man sich das auch so hinlegen und kann es ausstanzen. Weil, wenn ich nämlich die Laschen mir mit hochklappe, dann ist das gerade so, dass es in die Big Shot noch reingeht. Also in die kleine, die wir haben, da geht es nicht rein. Da müsst ihr von der Hand ausschneiden. Aber in die normale, die 15, 16 cm Breite hat, was durchläuft, da kann man es reinlegen. Wenn ihr natürlich die große, die A4 habt, dann ist das natürlich sowieso kein Problem. So, dann richte ich mir das ungefähr mittig aus. Hier mal Daumen, man kann es sich auch abmessen, wenn man will. Aber ich denke, das passt. Dann nehme ich mir ein Washi-Tape, befestige mir das. Und dann, was ich jetzt auch noch festgestellt habe, bei meinem Prototyp, nehmt ihr euch was? Ein A4. Nehmt ihr euch ein A4, das also so ungefähr da reingeht. Weil wir knicken uns die jetzt nach oben um. Und mein Problem war beim Prototypen, dass ich das, dass ich das da reingedrückt hatte. Dann habe ich da den Abdruck von der Klebelasche gesehen. Das soll natürlich nach Möglichkeit nicht der Fall sein. Ich bücke mir die also nach oben um. Weil nach unten geht nicht. Das können dann knapp werden. Dann, ja, schneide ich mir da die ein. Wenn es noch größer ist, dann macht ihr euch die ganze Lasche kaputt, ne? Also, jetzt muss ich nochmal schauen, dass das ziemlich gerade ist. Das machen wir mit einem zweiten Kleben. Das ist nicht verrutscht. Dann lege ich mir jetzt ein Papier ein, das von da nach da passt. Also, ich muss es ein bisschen breiter machen, habe ich schon gesehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob es reicht. Ja, das ist perfekt. So, und dann lege ich mir das da mit rein. Ich knicke das dann um. und dann lege ich mir da jetzt mein, es ist ein bisschen lecker Fummel, aber es ist gescheiter, wenn ihr das macht. so. Dann kucke ich mir das durch. Upsala. Das ist natürlich ein bisschen nicht dicker, als sonst. Kann ein bisschen schwerer gehen. Also, ähm, ich würde normales, normales Kopierpapier nehmen. Nichts, nichts richtig dickes, gell? Nicht, dass ihr euch die, die Big Shot kaputt macht, weil das dann zu, der Druck zu euch ist. So. Dann kann man das, und das kann man sich nämlich aufheben. Aber das hätte ich vorhin gar nicht vorbereiten müssen. Na, ist egal. Jetzt habe ich es zweimal. Das ist nämlich aus den Stanzformen, also ich habe da die ganze Produktreihe, beide Produktpakete, ihr könnt es ja mal anschauen, im Mini-Katalog. Das sind nämlich da zum Out, da habe ich auch noch ein Etikett drin, mit so Schneefall, und das tut nur die Löcher dann ausstanzen, so richtig für. Da habe ich auch schon, ähm, ein Windlicht, äh, da ist mein Video online. Könnt ihr gerne mal gucken auf meinem Kanal. Ist noch gar nicht so lang her. Ein paar Wochen. Zwei Wochen, glaube ich. Oktober, Anfang November, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Okay. So. Jetzt möchten wir da oben drauf, na, es hat trotzdem durchgedrückt. Aber gut, man kann ja da auf die Seiten, wenn das bei euch der Fall ist, äh, kann man ja da auf die Seiten dann auch noch Designerpapier draufkleben, dann sieht das kein Mensch. So. Dann wollen wir da oben drauf, das Ganze natürlich mit Designerpapier verschönern. Moment, ich muss gerade meine Zutaten ein bisschen koordinieren. Sichtfenster, ja. Da habe ich mir Designerpapier zugeschnitten, in 15,2 mal 3,6. Und das möchte ich jetzt, dass das dann da raufkommt. So. Dann deckt das nämlich das auch ein bisschen ab. Und, jetzt müssen wir das natürlich anzeichnen. Das heißt, das ist meine Sichtseite oben, die lege ich jetzt unten drunter. Ist ja die gleiche Fläche. Also so, dass mich da anschaut, was ich haben möchte. Dann nehme ich mir einen Bleistift, zeichne mir das so grob ein, nehme wieder meine Sachen für meine Stanze her. Oh, das sieht man natürlich nicht gut. Da muss ich schauen, dass ich es genau draufkriege. Dann brauche ich es ja noch einmal. Jetzt muss ich es gerade einmal ein bisschen zu mir holen. Also ihr seht ja, dass bei dem, dass es ziemlich außen, da ist ein Hauch noch Rand. Also das wird schon ziemlich außen gestanzt. Dann kann man auch schauen, dass man das genau drauflegt. Und wenn das ein bisschen anders ist, dass es ein bisschen verrutscht, wäre es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn es nicht richtig schief ist. Wäre es jetzt nicht ganz so schlimm, weil wir haben außenrum noch Spielraum, dass wir es genau aufs Fenster hinrichten. Auf das im Farbkarton. So, dann koppeln wir das schnell noch einmal durch. Das kann man auch dann als Hintergrund von einem Etikett verwenden. Das können wir dann gleich nehmen und können es aufkleben. Was genau? Was das da genau aufeinander liegt. Dazu nehme ich mir meinen Flüssigkleber. Und schon ist meine Oberseite schön verziert. Dann Dann können wir jetzt hergehen und können eine Seite der Schachtel verkleben. Dann kann man sie nämlich gerade ausrichten zum Ankleben. Dann nehme ich mir auch Tombow oder ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Dann drücken wir das da ein bisschen an. Warten Moment. Und dann die andere Lasche. Einbücken. Kante auf Kante legen. Ein bisschen andrücken. Ah, jetzt habe ich wieder vergessen da. Ja, auf die Seite, also auf die gleiche Seite, praktisch auf die Vorderseite, kommt da, ihr könnt aber auch Flüssigkleber nehmen. Kann man natürlich auch machen. Dann mache ich das doch gleich einmal mit Flüssigkleber. Normalerweise nehme ich da gerne doppelseitiges Klebeband. Dann knickt ihr euch die Lasche einfach ein. Ja. So. Und dann wird das jetzt da an die Kante angesetzt. Das ist ein bisschen viel. Ich halte mir das so, setze das da her und kann das dann da ausrichten. Ich muss das ein bisschen zu mir ziehen. Also an die oder knapp auf die Falzlinie aufsetzen. Und dann kann man da auch schon durch die Öffnung da so hergehen. Man kann das andrücken. Ja. So. Hier kann man jetzt dann verschließen und immer wieder öffnen. Da kann man die die Kerzen rein geben. So. Und jetzt ist auch klar, warum wir das fester oder tiefer abgeschrägt haben. Weil dann schlupft nämlich da die Lasche besser rein. Und halten du die sowieso. So. Das ist einmal. Dann brauchen wir unser Designerpapier mit Einsteck Lasche. Also ich habe da nicht zusätzlich noch einmal eine Einstecklasche drauf gemacht. Sondern ich habe die integriert. Und zwar braucht ihr ein Stück Designerpapier in 7,6 mal 15,2 und dann habe ich zum Beispiel das klassische Etikett. Ihr könnt aber auch schauen, ob ihr ungefähr was in der Größe so habt. Ein Etikett, eine Ausstanze oder ihr schneidet mit dem Cuttermesser einen Schlitz rein. Aber der muss dann schon 2,3 Millimeter breiter sein oder kann auch ein kleines Rechteck sein. So wie das ja bei der Stanze dann auch der Fall ist. Ich gehe da jetzt her und wenn ihr ein Designerpapier habt, was einen Verlauf hat, sind Bäumchen drauf, damit die nicht Kopf stehen, müsst ihr es natürlich auf der unteren Seite. Dazu gehe ich jetzt her, schiebe das so weit rein, wie es da in der Stanze möglich ist. Ich stanze mir das aus und habe dann da mein Einsteckfach. Jetzt ist es natürlich wichtig, wenn wir es aufkleben, wir dürfen nur außenrum, komplett außenrum, schmal, einstreichen mit Kleber. Da oben die Fläche kann komplett eingestrichen werden, also hinten. Und hier darf ich in dem Bereich natürlich nichts an Kleber aufbringen, nur da unten den schmalen, damit es tecknet durchrutscht. Aber hier auf die Fläche darf natürlich kein Kleber hin, sonst könnte da nichts reinstecken. Also, jetzt streiche ich das schmal ein, einmal außenrum und dann einfach die obere Fläche. Da unten mache ich nichts. Und dann klebe ich mir das daher. das ist so berechnet, dass es ein bisschen ein Rand drumrum hat. So, und dann kann man das gleiche mal testen. Dann kann man das nämlich da. Man kann da auch vorsichtig einmal mit dem Falzbein bloß einmal so runtergehen und ein bisschen anheben. Aber erst, wenn es angedrucknet ist außen. So, dann weitet sich das Papier auch ein bisschen. So. Und dann kann man da das Teck gut reinstecken. So, für das Teck braucht ihr einmal ein Designerpapier in 5x12 oder ihr macht es hier in Weiß und schneidet euch das Stück oben noch einmal ab. Ein kürzeres Stück praktisch und auch mit der Stanze ausstanzen. Hier machen wir es jetzt umgedreht. Ich habe also ein Stück Designerpapier in 5x12 und mache einen weißen Aufleger drauf. Und der weiße Aufleger ist wie groß. Moment. 10x4,6 So. Dann passt er nämlich genau so da drauf. Da habe ich mir jeweils vorher die Ecken abgerundet und den kann man bestempeln. Das werden wir jetzt gleich machen. Und zwar nehme ich mir da die Schneeflocke. Mache ich in dem Fall jetzt glutrot äh Chili Entschuldigung Chili ist eigentlich ratzfatz passiert. Da tue ich mir einfach nur die Ecken ein bisschen völlig ungleich ein bisschen bestempeln. Jetzt muss ich schauen, da oben habe ich doch ein wenig gepatzt. Dann nehmen wir uns diese Seite schöner und die kleben wir uns jetzt da drauf. So. Dann brauchen wir noch ein Stück Band das ist so circa 10 15 Zentimeter 19 Zentimeter das lege ich mir zur Hälfte schiebe mir das von vorne nach hinten so durch und dann beide durch den Schlupf durch und dann habe ich da nämlich eine schönere Kante besser wenn ich von hinten nach vorne dann das gefällt mir immer nicht so so finde ich das schöner aber könnt ihr machen wie ihr wollt so und dann passt es nämlich genau da rein wenn man will kann man sich das jetzt noch ein bisschen abkürzen CARM dann Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Deko für hier und zwar habe ich schon mal mit dem defenses christmas lights habe ich mir mit dem stempel mit versamark und weißen glitzer emboss und dann ausgestanzt das ist der andere lichter zauber auch schön schön weihnacht sprüchen sprüchen und advent das herz kommt nach hause frohes neues jahr ganz toll so und die den rest davon den seht ihr in der karte im einsatz im nächsten video von der challenge zum einsenden ich zeige euch die karte was ihr da erwartet kurz zwischendurch eine banderole eine tannenbaumkarte tannenbaumklappkarte und die kann man nicht so toll aufstellen und zwar bin ich daher gegangen habe den tannenbaum aus dem set gestempelt mit weißem pulver geembosst habe ein bisschen wink of stella drauf da ist mal ein bisschen viel drauf kommen aber es funkelt und glitzert das macht nichts und wenn man es auf macht kommt dann die schöne schneeflocke die habe ich ausgestanzen habe sie hinterlegt mit mit dem glitzerpapier aus der serie auch grünes glitzerpapier ganz toll das ist so wie das lotengrün und hinten habe ich dann noch ein beschriftungsfeld gemacht und zusammengehalten wird es eben durch diese banderole und das zeige ich euch in dem anderen video also teil 1 und teil 2 dürfte anschauen so weiter geht's wir haben gesagt wir brauchen da die deko dann nehme ich mir einmal diese schöne schneeflocke setze ich mir daher und dann brauche ich noch einmal ein stück band um die schleife zu machen und zwar ist es das ist glaube ich auch aus dem aus der serie aber aus dem herbst winter katalog und zwar ist es ein goldenes schönes feines weiches band habe ich ja gerade dafür den tag auch genommen und da nehmt ihr euch jetzt da nehmt ihr euch jetzt ja gut 30 zentimeter schneide ich mir ab dann lege ich mir das doppelt und zwar so dass das hintere ein bisschen länger ist nehme mir eine gabel weil ich und schleifen binden das sind zwei welten halt mir das da so fest das hätte auch ein bisschen weniger gereicht aber ist egal halt mir das so fest und dann gehe ich da durch die mittlere zwischen den zinken durch die mittlere spalte durch nach hinten und gehe auf mit dem hinteren durch die mittlere spalte wieder nach vorne halte es mit dem kleinen finger fest einmal fest zu ziehen voller habe eine kleine süße schöne schleife und vor allen dingen gleichmäßig jetzt muss ich schauen auf welcher seite sie fällt nach der seite so dann halte ich mir das da so stramm und kurz nehme mir ein glue dort drückt es da von hinten drauf und setzen wir das daher an die ecke dann kann man jetzt hergehen könnte das jetzt so lassen wenn man wollte weil das stört ja nicht da könnte man nämlich jetzt ein kleines stück doppelseitiges klebeband oder auch ein glue dort könnte man auch nehmen nehme ich mir ein glue dort mit meiner pinzette setzen wir das daher klicken wir mal ein band da an und das andere so ein bisschen nach oben oder auch daher auch das machen wir kürzer machen wir da her und dann den teck vorne drauf genau so ein bisschen locker nicht so stramm dann kann man da hergehen kann das noch einmal abschneiden ein bisschen schräg abgerutscht und dann kann man da trotzdem den teck einstecken dann braucht es natürlich noch ein bisschen bling bling ohne bling bling geht nichts halt etikett fehlt auch noch ein etikett habt ihr ja vom fenster da vom ausstanzen das könnt ihr nehmen und zwar ist es für hier jetzt zu breit man könnte es natürlich auch da so und daher laufen lassen könnte man auch ne, wir schneiden es ist besser oder da, ne, ne, ne dann klebe ich das bündig auf nein ich will ja dass das kürzer ist ich setze mir das gerade so an wie ich es gerne aufkleben würde so und da schneide ich mir jetzt praktisch hier so zwei gute zwei millimeter schneide ich mir das rote jetzt ab dann gehe ich her schneide mir da ein fähnchen rein klebe es jetzt auf so wie ich es vorhin ungefähr hingehalten habe so entweder ihr lasst es jetzt so schöner schaut es natürlich aus wenn ich jetzt hergehe und mache auch mit einem minimalen abstand schneide ich hier das fähnchen nach und dann passt es nämlich daher und das kann ich mit dimensionals aufsetzen einmal zweimal dreimal drücken schutzfolie lösen und aufkleben nach möglichkeit gerade und dann kommt bling bling den brauche ich nicht mehr die steinchen findet ihr auch im mini katalog herbstwinter das ist rot silbrig matt silbrig glänzend und gold festliche perlenakzente chili seladon gold und silber ach dann ist es seladon ja könnten ein bisschen kräftiger sein von der farbe aber ist egal schön sind sie alle mal dann nehme ich mir da jetzt natürlich rot setze da eins drauf daher und daneben eins zwei drei vier man macht ja immer eine ungerade zahl ne dann kriegt das schleifchen da oben auch noch eins und schon voila habt ihr ein schönes kleines geschenk mit bringsel fertig jetzt haben wir hier zweimal rote varianten jeweils die vorder und rückseite von dem schönen designer papier auch im herbst winter katalog und ja die maße und materialien verlinke ich euch unten in der infobox habe ich gesagt und das andere video nicht vergessen anzuschauen mit der karte weil die karte die ist ja finde toll die sensationell mit dem aufklappbaren christbaum das hat schon was gut ihr lieben ich danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal danke tschüss hombres und j j j j j j j j j Untertitelung des ZDF, 2020